Und damit wieder ein herzliches Willkommen bei Kingdom Hearts. So, mal gucken, ob jetzt wieder eine Filmsequenz kommt. Wahrscheinlich, jup. Oh, du bist... Riku. Was machst du hier? Nicht glücklich, mich zu sehen. Lass mich wissen, ob ich in den Weg komme. Ich weiß, ob etwas, was mehr wichtig ist. Huh? Ich habe das nicht gesagt. Spreue dir die Entschuldigung, ich glaube, dass du all aber vergessen hast über mich. Bist du verrückt? Komm schon, ich kam all this way, um dich zu suchen. Aber du bist nicht mehr, richtig? Jetzt ist es nur... Naminé, die du für dich zu suchen. Du bist nicht über mich, wie du niemals überrascht. At all. About her feelings. Naminé's? Huh. Ich wusste es. Naminé, die du niemals überrascht. Ich wusste es, was ich zu tun? Ich wusste es, was ich nicht? Riku. Riku. Geh nach Hause, Sora. Ich will mich für Naminé. Anyone who goes near her Goes through me What's wrong with you? We're supposed to be friends Please, Sora Since when have you ever cared about me? Namine's not the only one Who's sick of looking at you So am I Riku, stop it Okay, ein Wiedersehen mit Riku Der sofort wieder In der herzlosen Rüstung ist Und hier gegen ihn kämpfen müssen Okay Ich bin ehrlich Ich glaube, unser Verstand spielt uns da wieder Feuer! Feuer! Befehl! 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 Ja! Ja! Power! Ja! Hallo, 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 Freundchen! Beruhige dich! Ah, Heal! Courage! Back off! Get ready! Colonel! Guilty! Gushu. Hatsaka. Und das war's. Das war so klar. Das hängt wieder an. Der Fluch. Dass ich nicht weiß, wie ich den soll wieder besiegen. Er ist auch wieder zu heftig, ne? Er ist wirklich zu heftig drauf, der Typ. Das wird wahrscheinlich zu heftig wieder sein. 4 ist zu heftig. Ich habe nichts Interessantes mehr bei 2. Er ist... Also... Ich glaube nicht, dass ich ihn so schnell schlagen werde. Das wird eine lange Folge. Eine sehr lange Folge, glaube ich. Ich glaube nicht, das ist es so schnell. Ich meine Leute, glaube ich, zu heftig. Ja! 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 Ich würde das. Tunnel! Power! Courage! Get ready! Power! You got it! Courage! Power! You got it! Heal! Fire! 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 Get ready! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh Shoot Oh I don't know how to do that Oh Komm schon. Ohohohohoho. Das war gerade so knapp. So knapp. Ich habe nur noch Dreieck, 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 Dreieck gedrückt. Oh. War das knapp. Ohohohoho, kacke. Äh, ja, tut mir leid, dass ich so still war, aber... Oh. Ich war ein bisschen beschäftigt zu überleben. Ein klitzkleines bisschen. Oh. Oh. Riku, bitte warte. Oh, war das so knapp, ey. Wir sollten Riku folgen. Ja je, was ist passiert, dass Riku sowas sagt? Ja, das fragen wir uns alle. Riku, wo bist du? Riku, wo bist du? Sora, bist du okay? Don't worry about me. Riku. Riku, was ist passiert? Hm, sicher war's strange. Almost like Ansem was back, controlling Riku again. But we got rid of Ansem for good. Then I wonder what is wrong with Riku. Hold on, the king. If he's with Riku, he might be in danger. Sora? I know. You're thinking Riku isn't your friend. But that's just not true. You sure? Well, I know he said some awful things to you back there. But you gotta remember. We are in Castle Oblivion. Why folks lose their memory here a little bit at a time. Riku's probably just forgotten that the two of you were such close friends. That's all. So he just forgot? My guess is that's so. But Sora, instead of being sad, we have to figure out a way to help Riku get his memory back. If we all work together, why we're sure to get you through this. No need to mow. Jiminy's right. You shouldn't push your friends away. Yeah. Okay. Sora, do you remember our very close promise? Huh? Always smile! That was the promise we made to each other the first time we met. We promised to never forget to keep smiling. You're right. So, ja. Was ist mit Riku wohl passiert? Lass aber die Pferde nicht mit dir durchgehen, Sora. Aber schön, dass der fröhliche Sora wieder zurück ist. Ah. Es hält sich so in Grenzen. Besonders, weil ich glaube, es wird immer schwieriger, diese Kämpfe da hier im Schloss des Vergessen oder so. Jo, die Kämpfe werden einfach immer schlimmer, immer schlimmer. Und ich hoffe es gerade mal so zu überleben. Es ist immer mehr Glück als sonst irgendwas. Wir gehen zu Winnie-Pooh. Komm. Ich brauche jetzt was Schönes. Nach dem Kampf gegen Riku, der nicht gerade angenehm war. 100 Morgenwald. Was ist los, mein Kleiner? Ich suche meine Freunde. Sind sie irgendwo? Hier scheint niemand zu sein. Dann suche ich wohl niemanden. Hm. Du suchst niemanden? Ja, ich suche schon die ganze Zeit. Ohne Erfolg. Dass viele suchen, macht mich hungrig. Ob hier wohl irgendwo Honig ist? Aber wenn ich anfange zu essen, kann ich nicht mehr weitersuchen. Lass uns gemeinsam nach deinen Freunden suchen. Du meinst nach niemanden? Nein, nach deinen Freunden. Vielleicht sind sie ja hier irgendwo. Komm schon, wir suchen sie zusammen. Oh, du suchst meine Freunde also auch? Nun, ich suche selbst nach Freunden von mir. Sind das Pus-Freunde? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich weiß, wie es ist, wenn man seine Freunde vermisst. Also, suchen wir sie doch gemeinsam. Oh, das klingt toll. Oh, das geht. Okay, hier geht es immer nur geradeaus. Er scheint. Ist das hier ein bisschen anders gehabt habt, wie der... in den anderen Karten. Scheint mir jedenfalls so. Ich bin letztlich da was an der Ruhe, wenn ich drauf haue. Ah, so direkt nicht. Okay. Von da kommen wir. Gehen wir mal weiter, ne? Oh, sag nicht. Hier sind wieder Midi-Spiele. Also, nicht, dass die schlimm waren, aber... Ich dachte gerade, es wäre entspannter. Bin ich ehrlich. Ich dachte wirklich, das wäre jetzt entspannter als Midi-Spiele. Okay, da rein kommen wir nicht, wie es scheint. Vorsicht! Vorsicht! Puhs Reflexe sind nicht gerade gut. Du meine Güte, alles okay, Puh? Ja, ich glaube schon. Wo kam denn dieser Kürbis her? Hallo! Okay, Wabbit ist wieder da. Hallo, Wabbit! Ach, ich bin froh, dass ihr hier seid. Helft ihr mir, das Gemüse aus meinem Garten zu sortieren? Dann war der Kürbis also deiner? Hilfst du mir beim Sortieren das Gemüse? Klar, ich helfe gerne. Sortiere insgesamt 30 Kohlkürbe und 30 Kürbisse. Ja, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Okay. Kacke. Kacke. Um. Ich hab doch... Okay, nochmal. Das kriegen wir hin, das kriegen wir doch hin. Auch wenn ich doch nicht weiß, wie. Nein, nein. So, okay. Kacke. Ich merk grad, wenn einmal was schief geht, ne? Dann versagt man irgendwie auf das. Sehr gut, wir haben's geschafft. Also, das Wichtigste. Jetzt mal gucken, wie viel wir schaffen, bis wir verlieren. Uh, bleib da raus, bitte. So, 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 so. Okay, jetzt kommen sie echt schneller. Gut, das reicht. 67 ist nicht schlecht. Dank für die Hilfe hier. Das ist für dich. Soa lernt Kreuz C+. Cloud Stop Angriffskarte. So, wir gehen nun ins nächste Areal. In der Hoffnung, dass ich hier speichern kann. Was sieht nicht danach aus? Ich frage mich, wofür wohl diese Malons sind. Hier ist kein Speicherpunkt, ne? Muss ich dafür wieder zurücklaufen? Wahrscheinlich gesehen. Komplett zurück, komplett zurück. Bevor ihr hier mal den hier gemacht habt, so. Dann gehen wir komplett zurück. Und dann beende ich meine Folge. Das kann nicht jede Folge. Was passiert denn, wenn ich gehe? Muss ich wieder nichts mal von vorne anfangen? Ich hoffe nicht. Nein, okay. Die Tür bleibt aber auf. Ich teste es zwar sofort jetzt nochmal, sobald ich gespeichert habe. Nein, da ist der 100 Morgenwald. Das Zeichen war gerade da. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Kingdom Hearts. Tschüss. Musik Genau. Musik Musik copper ips Untertitelung des ZDF, 2020